Es ist 18.45 Uhr, hier sind die Nachrichten bei RTL und das sind unsere Themen. Mehr Geld für Hartz-IV-Empfänger. Die Bundesregierung hat sich offenbar auf die Erhöhung der Regelsätze geeinigt. Keine Gnade für Theresa Lewis. Trotz aller Proteste ist die 41-Jährige in den USA mit der Todesspritze hingerichtet worden. Und der Schnellste der Nacht beim Training in Singapur rast Sebastian Vettel allen davon. Guten Abend, herzlich willkommen bei RTL aktuell, Sportmanns in der Sendung, heute mit Birgit von Benzel. Ihnen einen schönen guten Abend. Die rund 6,7 Millionen Empfänger von Hartz-IV-Leistungen werden wohl mehr Geld vom Staat bekommen, aber nicht besonders viel mehr. Offenbar hat sich die Regierung darauf geeinigt, dass der Regelsatz von derzeit 359 Euro um weniger als 20 Euro pro Monat steigen soll. Aufgehen zu sehen, dass der Regelsatz von Hartz-IV-Leistungen werden wohl mehr Geld vom Staat bekommen. Vielen Dank. Schnell, permetest du dich, wenn vom Staat bekommen, wie viele Leute aus derzeit die Regierung der Regelsatz von Hartz-IV-Leistungen Vielen Dank.